okay so läuft irgendwie so ist fein ich könnte schwören dass die tür vorhin woanders hingeführt hat da hat der innenarchitekt offenbar mist gebaut ja oder und dann verschiebt hier die türen so endlich ich sag ja ich bin ein genie nach hier bist du was treibst du denn bloß ich muss zeit ziehen du wolltest das überwachungsvideo aus unserer kabine löschen dass dich ohne kostüm zeigt richtig du brauchst mir solche sachen nicht zu verheimlichen egal was du ausgefressen hast wir sind jetzt ein team echt jetzt dann darfst du also auch wissen dass ich meine fußnägel über deine müsli geschnitten habe okay darüber sprechen wir noch lass uns jetzt erstmal schauen wie wir an diese videodaten kommen ja gute idee hier wimmelt es bestimmt nur so von sicherheitssystem war ich das das ist nicht so gut der alarm ist noch nicht ausgelöst worden wahrscheinlich sind wir sicher solange du nicht an den terminals herumspielst und was mache ich jetzt versucht die kameras abzulenken vielleicht kann ich so unbemerkt an ein terminal gelangen das sollte doch kein problem sein die kameras lieben mich ich bin ja auch der photogenere von uns beiden ich glaube ich kann die kameras ablenken offenbar können sie sich nur im 45 grad winkel bewegen wenn du an der wand entlang läuft folgen sie dir ein klacks für mich ich muss zuerst zu dem terminal da links sag bescheid wenn du den weg freigemacht hast okidoki weit viel kameras sind das hier die kameras wie nö 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 so und jetzt muss man auf die andere seite ja aber die frage ist ja wo sie jetzt lang läuft jetzt aber dann laufe ich doch mitten in die kamera oh stimmt tschuldigung war diagonal geht nicht wieso schalten die hier nicht um ach ich muss auf lila ne aha die kamera macht mir noch ein bisschen sorgen ich muss im prinzip nach unten gucken genau ja so jetzt gucken die alle nach da das müssen wir bei denen da oben auch so machen ja 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 so mh kohl jetzt wie jetzt rufus der weg ist ja noch gar nicht frei äh achso warte mal das habe ich gleich pss heißt das hier die blaue kamera noch nicht ganz korrekt justiert ist jetzt aber kohl jetzt kohl jetzt muss er da oben hin ist ja lustig obwohl eigentlich die frage ist natürlich wo sie ja sie wird wahrscheinlich bis zum mittelhof wenn dann da gerade war kohl jetzt ja das funktioniert ja besser als ich dachte und es fetzt rufus 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 ähm rufus nicht rufus dann sieht mich die kamera doch ach ja so das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky äh was passiert eigentlich wenn ich jetzt die kamera nach da richte dann sieht sie ja dann guckt sie ja auch da rüber aber kohl jetzt aber dann lauf oh stimmt nö hm ja also ich sag mal so nö mann so die beiden kameras wegrichten ist jetzt nicht so das problem lila muss komplett sein oder was hier muss die grüne ist noch nicht richtig wo ist denn die grüne gelb gelb die hier ne die hier ist nicht richtig und die jelbe auch nicht das ist gelb, das ist gelb, das ist gelb, das ist gelb hier ich würde sagen die steht richtig die läuft hier lang also hier irgendwie ja der die da nö ja das problem an der sache ist jetzt das funktioniert ja besser als ich dachte und es fetzt rufus, 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 rufus rufus ähm rufus wie jetzt? rufus, der weg ist ja noch gar nicht frei achso, warte mal, das hab ich gleich mhm warum eigentlich nicht? ähm nö es gucken doch jetzt alle kameras weg oder hab ich jetzt irgendwie jetzt können sie doch cool, jetzt jetzt yeah party oh wundervoll diese grazie dieses taktgefühl diese fähigkeit die ganze welt um sich herum zu ignorieren reden wir von derselben welt, Argus? von der die sie sprengen wollen? touche, Cletus ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt ich stecke halt voller Überraschungen hoho, wie ein Zirkuspferdchen zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben schafft das Mädchen auf die Brücke Fräulein Gohl, wenn sie so freundlich wären ja doch Gohl! dir wird schon was einfallen ja natürlich wie jedes Mal und was machen wir mit diesem hier? wird nicht länger gebraucht beseitigen ich glaube der meinte das im übertragenen Sinne Bewegung, sie kommen jetzt mit warten sie doch hier wird nicht verhandelt aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? ich weiß, das wird mir noch leid tun schön, worum geht's denn? äh aha eine letzte Zigarette einen letzten Kaffee, Geld viel Geld, noch einmal das Meer sehen noch einmal Elysium sehen also so rein theoretisch er raucht ja nicht, wa? Geld ist ihm eigentlich immer ja gewesen Meer und Elysium klingt irgendwie also eigentlich ja, einen letzten Kaffee eigentlich, wa? einen letzten Kaffee dagegen ist wohl nichts einzuwenden oh hehehehe sie haben ihren letzten Wunsch verschüttet, sie Trottel sie... in Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee da hat er recht da hat er recht da hat er recht aber wir müssen hier das... ne, können wir ja nicht, wa? und grad vollenden hier hier können wir eigentlich nur so die nächsten drei Fragezeichen äh äh ich möchte nicht gestört werden, verstanden? aus keinem Grund? von niemandem! jawohl, Herr Amtmann mit Ausnahme des Interrogators natürlich wo bleibt der eigentlich? der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann das will ich hoffen wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss werde ich wirklich ungemütlich dann können sie ja schon einmal auslosen wer die Brücke anschließend wieder sauber macht was ist denn der Interrogator? Interrogator der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein ich mach mal besser ein bisschen Dalli oh zertrümmert ihre Augenböden still du übergeschnappte Hohlbirne wir müssen leise sein warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? zerstecht ihm die Bauchdecke reißt ihm die Nasenflügel ab obwohl ich zugeben muss dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt Kletis und Donner wie zum Donner? kommen die denn hierher? noch haben sie mich nicht gesehen ich sollte lieber mal abtauchen ja ja so so Abtauchen ja Computerkern fällt ja schon mal aus, oder? der Schrank wäre ein perfektes Versteck geradezu klassisch leider ist er besetzt typisch unser Oppenbot steht immer im Weg rum ja dann machen wir doch mal auf geht nicht oder was? Inventar ist jedenfalls wieder leer das nützchen gutes Versteck oh ein zylindrisches Kegel nein Tonnendings da genau das wonach ich gesucht habe äh zylindrisches Tonnendings Kegel bumms sehr gut das sollte als Versteck ausreichen aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel und jetzt nichts wie in Deckung äh ach da sind sie ja das wollte ich auch gerade sagen ich habe ihnen etwas dringendes mitzuteilen ich bin der echte Cletus der andere war nur ein Betrüger äh ok sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren mit mir mitzukommen? ganz im Gegenteil ich bestehe sogar darauf na dann vorwärts mit dem größten Vergnügen Tschüss Cletus die Tante kannst du mitnehmen danke na das ist ja mal ne quirlige Entwicklung jo das klappt ja wie am Schnürchen und jetzt? hä? oh äh wow eine Pritsche wirklich originell Wollen sie eine Beschwerde vorbringen Fräulein Gohl? meine Nase juckt etwas aber Fräulein Gohl wollen sie mit dem Gejammer nicht warten bis sie einen echten Grund dafür haben? ach der Interrogator endlich lassen sie uns alleine Brückenwart jawohl Herr Antmann aha lassen sie mich gehen Argus wissen sie eigentlich wie viele unschuldige Menschen leben hier auf dem Spiel stehen? ist ihnen das vollkommen egal? haben sie denn kein Gewissen? ganz im Gegenteil meine Liebe ich bin nicht der für den sie mich halten Rufus? oder nein Cletus? weder noch gestatten Argus die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses sie kennen doch Herrn Ulysses nicht wahr? und wie mir scheint wissen sie sogar dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen ich darf wohl sagen ich kenne Ulysses besser als jeder andere ich weiß wie er denkt ich bin der einzige der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann alles was ich noch dazu brauche sind die Aufstiegscodes aber dann stehen wir auf derselben Seite warum haben sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus? wenn ich dieses Wort schon höre ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen 11.000 Menschen so viel Rufus hat mich immerhin gerettet ist das ein Witz? wie ich das sehe hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur ungemacht bereitet er will ihnen nicht helfen er benutzt sie nur um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen aber gehen sie mit mir Gohl ich werde sie als ihr Verlobter nach Elysium begleiten sie wissen ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne ihre Zustimmung nehmen aber ich weiß dass sie ein cleveres Mädchen sind sie wissen dass sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben ich... ich kann nicht warum nicht weil weil warum ich muss irgendwas tun wenn ich doch nur wüsste wozu diese ganzen Knöpfe gut sind oh oh ach du scheiße Knopf 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 hey stopp ja weil ich gedrückt war oder ... tu sie da das bin nicht ich das ist die Maschine sie spinnt Oh, komm, noch mal drücken. Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Komm, noch mal! Halt! Oha. Was ist denn das? Wie wirkt mir denn's? Fräulein Gohl, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amythal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Gohl! Weil ich Rufus lieber... Nein! Stopp! Gohl! Wachen! Schaff mir unverzüglich diesen nicht-würzigen Tischmüll einmal aus den Augen! Gohl! Hörst ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Gohl! Was hab ich getan?